Einmarsch in eine bosnische Stadt. Die deutsche Kriegsflagge wird gehisst. In Sarajevo, hier wurde am 28. Juni 1914 der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand durch das feige Attentat eines serbischen Studenten niedergestreckt. Diese Schüsse waren das Signal zum Weltkrieg. Die Marmortafel, die diese Mordvolksdeutschen entfernt und der deutschen Wehrmacht übergeben. Sie trägt die Inschrift, an dieser historischen Stätte erkämpfte Gavrilo Princip Serbien die Freiheit. Der Führer überwies die Tafel dem Berliner Zeughaus.